moin moin ihr lieben und herzlich willkommen zum finale des spuktobers hier auf meinem kanal ja ich möchte den spuktobers gerne schließen mit einem halloween lese wochenende ja ich für mich ist es jetzt noch nicht halloween es ist das wochenende vor halloween aber ich dachte ich nehme euch jetzt an dem wochenende gerne mit und schneide euch das denn so dass ich euch das denn bereits an halloween hochladen kann und ihr ja dieses video dann bekommt und ich dachte es wäre mal wieder an der zeit für ein lese wochenende und ich möchte aber gerne auch noch mal in die innenstadt ja am wochenende sollte man sich das eigentlich nicht antun in die innenstadt shoppen zu gehen aber da ich wirklich ja nichts besonderes vorhaben sondern wirklich nur stöbern möchte hoffe ich dass dieses ganze diese ganzen menschenansammlung dieser ganze stress irgendwie von mir abperlt und ich einfach nur in ruhe rumstöbern kann und euch ein bisschen mitnehmen mal gucken ob ich mir vielleicht ein buch kaufe oder einfach nur so stöbern gehe vielleicht ein bisschen halloween deko und ihr seht im hintergrund hier auch mein relativ neues bücherregal das ist auch nur sporadisch ja ein ge einsortiert gucken ob ich das noch mal ein bisschen halloween mäßig dekoriere ja mal gucken ob ich dann lust drauf habe aber jetzt habe ich schon einiges geschafft und ein bisschen was erledigt so dass ich jetzt mit gutem gewissen mich auf die couch setzen konnte und jetzt ja für euch das video anfangen und dann auch ein bisschen lesen ich war nämlich schon einkaufen ich habe schon ein bisschen hier im haushalt gewurschtelt geschirrspülmaschine angemacht und ja jetzt sitze ich auf der couch und zeige euch welches buch ich jetzt lesen möchte und zwar es ist old country von matt und harrison query habe ich euch auch in meiner want to read in meiner leseliste auch schon gezeigt dass ich das jetzt im herbst gerne lesen möchte und die liebe carly hat gefragt ob wir nicht was zusammen lesen möchten was so in diese gruselrichtung geht das ist ja normalerweise nicht so ganz ihr genre aber sie wollte es gerne einfach mal ausprobieren und sie hatte lust darauf und hatte sich dann von meinem sub quasi das hier ausgesucht von meinen ungelesenen büchern ja und das haben wir jetzt gelesen und wir sind jetzt wirklich auf den letzten seiten beziehungsweise carly hat es schon beendet hat sie mir geschrieben den letzten abschnitt mir fehlen jetzt noch 40 seiten und ja die möchte ich mir jetzt zur müde führen es geht hier um ein pärchen namens harrison und sascha die sich ein traum erfüllt haben und zwar haben sich ein haus eine ranch in idaho gekauft und ziehen dort nun hin ihre einzigen nachbarn greifen ihnen so ein bisschen unter die arme und geben ihnen tipps wie man dort das feld bestellt wie man gut durch die zeit dort kommt und die verstehen sich sehr sehr gut aber sie erzählen ihnen auch dass sie immer wieder von einem geist heimgesucht werden und dass sie sich den auf bestimmte art und weise von vom leib halten müssen bestimmte regeln einhalten müssen denn dieser geist kommt ja in verschiedenen gestalten je nach jahreszeit also in jeder jahreszeit nimmt er eine andere gestalt an und das ist natürlich erstmal ein brocken den sie überhaupt verkraften müssen und ja wo sie natürlich erstmal durch die phasen gehen dass sie es nicht glauben und dass sie ja die nachbarn für verrückt halten aber dann natürlich irgendwann feststellen das ganze scheint doch wahr zu sein und ja wir begleiten hier das pärchen eben und aus der perspektive des pärchen wird es halt auch berichtet immer mal von sascha und dann auch von harry ja und mir gefällt das ganz gut ist es wirklich was ganz besonderes ist kein typischer geist das scheint irgendwie so eine art naturgeist zu sein naturgewalt könnte man schon sagen es hat aber manchmal auch so ein bisschen so seine langatmigen stellen sich wiederholende stellen es ist kein sehr sehr gruseliges und sehr slasher mäßiges buch wo viel passiert es gibt atmosphärische szenen aber ja der geist dadurch dass wir immer von den nachbarn schon erzählt bekommen in welcher gestalt der geist kommt und wie man ihn bändigen kann ist das ganze sehr vorhersehbar und außer so ein paar ja so eine szene die hat mich richtig gegruselt am anfang und ich dachte boah das ist highlight potenzial super aber leider hat sich so ein bisschen abgeflacht und jetzt ja ist sind wir im finale und ich habe einige fragen und möchte dass die aufgeklärt werden ich befürchte aber dass mir nicht alle fragen erklärt werden und das würde ich schade finden aber ich möchte natürlich jetzt erstmal abwarten und bin neugierig wie das jetzt endet und werde mich jetzt hier schön ja in meine couch einmummeln und es mir gemütlich machen und die letzten 40 seiten in ruhe lesen und dann melde ich mich noch mal bei euch da 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 So, ich habe das Buch jetzt beendet. Es war tatsächlich nochmal ein Finale, was richtig schön atmosphärisch und spannend und gruselig war, aber ich habe es mir schon fast gedacht, die Aufklärung, das Ende, es war alles sehr vage, es war alles sehr allgemein, was den Fluch und was den Geist betraf, habe ich mir einfach ein bisschen was anderes erhofft, dass man da nochmal eine Erklärung bekommt. Und ja, insgesamt ist es wirklich ein besonderes Gruselbuch, es ist sehr atmosphärisch und es ist auch nicht so, wie man es erwartet. Ich habe so ein bisschen so ein Shining-Feeling gehabt, dass einer der beiden irgendwie austickt und sie gegeneinander ausgespielt werden und einer irgendwie so zum Axtmörder wird. Ich bin ganz froh, dass das nicht der Fall war, dass es ein bisschen in andere Richtungen ging. Es hatte sogar ein paar Wohlfühlmomente, weil einfach beide diesen Ort, dieses Haus, diese Ranch so lieb gewonnen haben, als ihre Heimat wirklich angesehen haben. Und auch die Liebe zueinander hat man immer wieder durchgespürt bis zum Ende. Ja, aber das Ende war mir doch ein bisschen zu offen und es sind viele Fragen offen geblieben, was ich sehr schade finde. Und wie gesagt, es war doch manchmal ein bisschen langatmig und sehr wiederholend. Und der Geist, es gab nicht so richtig, also es gab einen Moment, den fand ich unglaublich unheimlich. Und im Grunde war das nur ein Licht im Teich und ein Trommeln aus den Bergen. Aber das fand ich wirklich sehr, sehr atmosphärisch. Aber dann die Gruselmomente danach, die, weiß ich nicht, die waren vorprogrammiert, die, man wusste, wie man sich gegen den Geist wehren konnte. Und dann ist es auch so gekommen. Das Finale, wie gesagt, das war nochmal echt gut. Und ja, also von daher, es bleibt ein besonderes Gruselbuch und ich bin auch sehr gespannt auf die Verfilmung, die es ja geben soll. Kann ich mir gut vorstellen, dass man da was draus machen kann, das dann vielleicht noch ein bisschen gruseliger macht. Hier haben einfach ein paar gruselige Szenen gefehlt. Einfach ein paar unvorhergesehene, gruselige Szenen. In der Nacht knarzen sie Türen, so dieses typische Subtile, das hat einfach leider ein bisschen gefehlt. Und das Ende hat mich auch so ein bisschen schulterzuckend zurückgelassen. Ist also kein Highlight, aber wie gesagt, was Besonderes. Und es war erfrischend, mal in eine andere Richtung so zu lesen. Und es hat natürlich extrem viel Spaß gemacht, mit Carly das zusammen zu erleben. Also ich werde jetzt gleich auch noch meine abschließende Meinung als Sprachnachricht aufsprechen. Ja, und dann würde ich sagen, mache ich mich gleich fertig, dass ich dann gleich noch in die Stadt gehe. Es fällt mir zwar im Moment ein bisschen schwer, das gemütliche Setting hier zu verlassen, aber umso mehr weiß ich es dann zu schätzen, wenn ich dann wiederkomme und mich dann wieder hier auf die Couch flitzen kann. Und irgendwie habe ich auch Lust, ein bisschen durch die Buchhandlungen zu stöbern. Und ich hoffe, dass da auch ein bisschen Halloween-mäßig dekoriert ist und vielleicht so ein paar Halloween-Buchtische hergerichtet sind, die ich euch dann natürlich gerne abfilmen kann. Ja, ob ich dann mit einem Buch nach Hause komme, weiß ich noch nicht. Aber ja, ich habe auf jeden Fall Lust, ein bisschen zu stöbern und hoffe, dass es nicht zu viele Menschenmassen sein werden dort. Ja, dann sage ich einfach mal bis gleich, beziehungsweise bis spät. Ja, dann sage ich einfach mal bis gleich, 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 bis Musik 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 So, ich bin wieder zu Hause und ich muss sagen, ich bin ganz schön durch. Ich bin ganz schön kaputt und so glücklich, wieder zu Hause zu sein, weil es war wirklich sehr voll. Und ich habe es mir doch ein bisschen einfacher vorgestellt, an Halloween-Sachen, Deko-Kram, Bücher, Non-Book ranzukommen. Ich glaube, ich bin doch ein bisschen zu spät. Ich habe überall Weihnachten, Weihnachten, Weihnachten gesehen. Aber Halloween, wenn, dann im Sale und dann auch wirklich nicht das, ja, eine Qualität, was ich gesucht habe. Ich dachte, okay, vielleicht kann ich ein bisschen schöne Deko, ein bisschen Lichterketten, Kürbisse oder sonst irgendwas. Vielleicht auch eine schöne neue Halloween-Tasse oder Halloween-Lesezeichen, ein bisschen so ein Kram. Aber das war einfach nicht zu finden. Aber ich bin jedenfalls in zwei Buchhandlungen gewesen und habe mir so ein bisschen die, ja, die Horrorecken und auch die Tische angeschaut. Auch die musste ich ein bisschen suchen, aber habe sie dann immerhin gefunden. Und in der letzten Buchhandlung, auf dem letzten Moment, habe ich tatsächlich sogar noch ein Buch gefunden, was ich dann mitgenommen habe. Ich hatte noch einen Gutschein und konnte den dann einlösen. Eigentlich habe ich gedacht, ich brauche nicht unbedingt ein Buch, weil ich habe ja genug Halloween-Bücher, Gruselbücher, auf dem Sup, auf dem Stapel ungelesener Bücher, die ich jetzt noch lesen könnte. Aber dieses Buch steht tatsächlich auf meiner Wunschliste sehr weit oben. Und dann habe ich das gesehen und dachte, okay, das nimmst du mit, hast du immerhin ein Erfolgserlebnis, etwas gefunden zu haben. Und zwar Amazement Park von Kirsten White. 14 Kandidaten, sieben Tage, ein Labyrinth ohne Entkommen. Ja, man sieht es in der Kamera jetzt ganz schlecht. Es ist halt schön gelb, spricht mich natürlich auch an. Und was mich vor allem angesprochen hatte, ist das Setting eines Freizeitparks. Finde ich immer großartig. Und ja, es ist nicht ganz neu. Eine Fernsehsendung kann die Daten, die irgendwo ausgesetzt werden und überleben müssen. Und einer nach dem anderen geht wahrscheinlich flöten. Ich lese euch aber trotzdem nochmal den Klappentext vor. Komm raus, komm raus, wo immer du bist. Die Challenge, eine Woche lang in einem verlassenen Freizeitpark versteckt bleiben, ohne gefunden zu werden. Der Gewinn, genug Geld, um ein besseres Leben zu führen. Obwohl alle Teilnehmenden dieser Reality-Show unbedingt gewinnen wollen, ist sich Meg sicher, dass sie siegen kann. Im Verborgenen zu bleiben ist ihre zweite Natur. Nur deshalb ist sie noch am Leben und ihre Familie nicht. Doch als die anderen nach und nach verschwinden, wird Meg klar, dass bei dieser Gameshow etwas nicht stimmt. Ein unsichtbares Grauen lauert im Park und aus dem scheinbar harmlosen Spiel wird ein tödlicher Wettlauf mit der Zeit. Ich war mir nicht sicher, als ich das mal bei den Neuheiten gesehen habe, ob das überhaupt in die Horrorrichtung geht. Es hört sich ja auch so ein bisschen einfach wie ein Thriller an oder wo ein Serienmörder denn umgeht. Ich habe mir aber ein paar Rezensionen angeschaut und da hieß es tatsächlich, es gibt übernatürliche Elemente, Horror-Elemente. Und es ist wohl auch an irgendeine Sage angelehnt. Ich kann mir denken, welche das ist. Ich möchte es jetzt aber nicht aussprechen, weil ich nicht, dass ich da irgendwie Spoiler irgendjemanden. Aber das wäre echt cool und deswegen hat es mich erst recht angesprochen. Thriller im Freizeitpark ist schon cool, aber Horror im Freizeitpark finde ich noch viel cooler. Mal gucken, ob das eher so in die Slasher-Richtung geht, in die Action-Horror-Richtung oder ob es auch ein bisschen was Subtileres ist und mit Hintergrund-Story. Ja, aber das Setting alleine finde ich schon super, die Optik finde ich cool. Und ja, ich bin total gespannt. Mal gucken, ob ich es heute schon anlese oder ob ich mir heute ein anderes Buch vom Sub raus suche. Ich hatte eher so ein bisschen an Grusel für Kinder gedacht, jetzt so Richtung Halloween. Aber vielleicht lese ich auch ein mehreres Frammereien und schaue mal, was mich dann am meisten catcht. Ja, so, aber jetzt werde ich mich aufs Sofa begeben und werde es mir gemütlich machen. Vielleicht noch erstmal eine Serie schauen und mir was zu essen machen. Und ja, danach wird dann in die Bücher reingeschaut und ja, Beine hoch auf jeden Fall. Jetzt einige Kilometer, einige Schritte abgelaufen. Immerhin konnte ich mir den neuen Elbenwald-Shop anschauen. Den haben sie in Hamburg ja renoviert, vergrößert. Und ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Total schön, der Laden. Und da werde ich sicherlich auch wieder öfter sein. Und ja, nicht unbedingt nur Halloween-Krams, aber ja, so ein Merch-Kram kann ich mir halt eigentlich immer angucken. Genau, dann sage ich mal bis später. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nun beginnt die Qual der Wahl. Zwischen den drei Büchern möchte ich mich jetzt entscheiden, was ich als nächstes lesen möchte. Das Buch, was ich jetzt gerade erst neu gekauft habe und eben diese beiden Grusel-Kinderbücher. Hier geht es um Albträume, um ein Junge, der Albträume hat und die Albträume werden wahr. Und hier geht es um, glaube ich, ein Mädchen, die erfährt, dass sie eine Hexe ist und es geht auch um ein Schloss. Und das klingt auch richtig, richtig toll. Also heißt es, ein bisschen auf den Klappentext und ein bisschen reinlesen und dann werdet ihr sicherlich im nächsten Clip dann sehen, für welches ich mich denn entschieden habe. Hallo, es ist mittlerweile Sonntag und ich wollte euch nochmal ein Update geben, welches Buch ich jetzt tatsächlich ausgesucht habe und wo ich weitergelesen habe. Ich habe mich für dieses Buch hier entschieden, die letzten Hexen von Blackbird Castle. Und hier geht es um Sita. Sita ist ein Waisenmädchen, das ihr ganzes Leben, jedenfalls so lange sie sich erinnern kann, in einem Waisenhaus aufgewachsen ist und mittlerweile als Dienstbotin arbeitet. Und sie bekommt einen Brief von einer Vogelscheuche überreicht eines Tages und darin steht, dass sie ein Schloss erbt und dass sie eine Hexe ist, beziehungsweise das wird ihr dann erst erklärt, sobald sie zu diesem Schloss gereist ist. Sie freut sich, dass sie eine Familie hat, aber erfährt dann, dass ihre Familie verstorben ist und dass sie mächtige Hexen waren, die die bösen Mächte in Schacht gehalten haben und nun muss sie das übernehmen. Sie muss sich erst einer Prüfung unterziehen, ob sie wirklich die Erbin ist und ja, jetzt muss sie zur Hexe ausgebildet werden und soll böse Mächte abweisen. Und ich habe jetzt erst die ersten 50 Seiten gelesen und es erinnert mich am Anfang sehr an Gallant von V.I. Schwab. Auch da bekommt hier ein Waisenmädchen Post und gelangt dann zu einem Herrenhaus, wo es dann spukt. Hier scheint es aber doch mehr, ja, mehr übersinnliche Kreaturen zu geben, eben wie Hexen und Geister und Vogelscheuchen und so weiter. Mal gucken, wie es weitergeht. Also wie gesagt, so viel habe ich noch nicht gelesen. Ich habe gestern ein bisschen gelesen, heute Morgen ein bisschen gelesen und werde mir jetzt gleich, also heute noch mal ein bisschen Zeit nehmen zum Lesen. und werde dann später euch noch mal ein bisschen berichten, wie es mir weiterhin gefällt, wenn ich ein paar mehr Seiten gelesen habe. Es lässt sich auf jeden Fall wunderbar lesen und ich habe mich auch dafür entschieden, weil es so gleich wunderbar Halloween-mäßig anfängt. Alleine schon der erste Satz, mal gucken, ob ich das jetzt irgendwie so hinkriege, dass ich euch den vielleicht einmal vorlesen kann, weil der war einfach direkt so Halloween-mäßig, dass ich dachte, ja, das passt. Es war der erste Herbsttag, als ich in Blackbird Castle eintraf. Die Bäume leuchteten kupferrot und grün, Kürbisse wuchsen entlang des Straßengrabens und der Mond war bereits wie ein halbgeschlossenes silbriges Auge am Abendhimmel erschienen. Kurzum, es war der ideale Tag für eine Hexe, um an ihren Familiensitz zurückzukehren. Ja, ich fand, das war wunderschön beschrieben und so richtig schön Halloween-mäßig. Natürlich ist auch schon so ein kleines bisschen gruselig gewesen, also besonders, ja, wie ihre Familie umgekommen ist und wie das beschrieben worden ist, alle am Essenstisch versteinert worden. Und ja, das ist alles immer noch so aufzufinden, die Essensreste auf dem Tisch vergammeln und so weiter. Also, ist auf jeden Fall schon ein bisschen unheimlich und keiner weiß so genau, was da passiert ist, nur dass sie scheinbar irgendwie ermordet worden sind. Von wem, wissen sie es nicht. Und Sita selbst soll halt entführt worden sein als kleines Kind. Und deswegen ist sie als Waisen aufgewachsen und man hat sie jahrelang gesucht, bis man sie jetzt erst endlich gefunden hat. Und ich glaube, sie ist jetzt 12, 13 Jahre alt. Ja, genau. Ich werde mal schauen, wie jetzt ihre Ausbildung so aussieht, was genau die beinhaltet und was jetzt genau die bösen Mächte da drin sind. Genau, das war's. Ich mache mir jetzt noch mal ein bisschen Lesezeit, eine schöne, entspannte Zeit und gebe euch dann später noch mal Bescheid, wie mir das Buch weiterhin gefällt. Das Buch ist ein bisschen Lesezeit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dieses riesige Schloss, ja wirklich viele, viele Geheimnisse birgt, tolle verzauberte Räume, aber auch düstere Ecken. Wir haben so ein bisschen einen Rückblick bekommen, dass es auch dunkle Hexen in der Familie gab, die schwarze Schafe waren, besonders eine. Und die sieht auf dem Gemälde, das sie sich angucken, seltsamerweise unserer Protagonistin, sehr ähnlich. Und ja, diese Hexe wurde wohl zu Fall gebracht damals, in ein Mausoleum abseits des Familienfriedhofs beerdigt. Aber die Dachkammer, wo sie wohl irgendwie verbrannt wurde, oder die verbrannt wurde, ihr Ort, dorthin führte eine blaue Treppe. Und diese blaue Treppe taucht, obwohl eigentlich nicht mehr vorhanden, immer wieder an verschiedenen, unterschiedlichen Stellen im Haus auf. Und unsere Protagonistin wurde gerade gewarnt, dass sie diese Treppe nicht benutzen und nicht beachten soll. Aber natürlich werden wir das sicherlich erfahren und irgendwann wird unser Protagonistin sicherlich so neugierig sein, dass sie diese Treppe nutzen wird. Und ich bin gespannt, ob es wirklich so ist, wie alle sagen, dass diese Hexe damals so böse war. Und ja, diese Ähnlichkeit zu unserer Protagonistin ist natürlich auch sehr, ja, sehr interessant, weil so die anderen Mitglieder, die werden als total schön beschrieben. Und sie hat struppiges Haar, ist jetzt nicht die, ja, die übliche Schönheit und, ja, ist eher düster vom Äußeren. Ja, ich bin sehr gespannt, es bringt mir immer noch sehr viel Spaß zu lesen. Ich hoffe, dass jetzt natürlich noch ein bisschen mehr Action reinkommt und noch ein bisschen mehr der rote Faden. Es ist ja alles bisher jetzt so die Einleitung gewesen. Es ist ja aber nicht sehr dick, es hat wirklich nur knapp 300 Seiten, also 280 oder so. Also muss es jetzt tatsächlich auch voranschreiten, weil ich glaube, es ist auch keine Reihe. Ich werde euch denn in einem anderen Video berichten, wie mir das Buch gefallen hat. Jetzt wünsche ich euch aber auf jeden Fall schaurig schöne Lesestunden an diesem heutigen Tag. Und ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, Happy Halloween! Musik 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 Musik